ARD Text im Auftrag von Funk Ich wollte mal fragen, was bei dir so stand der Dinge ist. Hast du Reaktionen von den Leuten bekommen? Ja klar. Unsere Tochter hatte so viele gute Freunde. Und die haben alle auf Facebook gepostet. Wer werden die finden, Barbara? Aber ich habe gehofft, dass du sagen würdest, dass jemand sich gemeldet hat. Also die Leute haben schon darauf reagiert? Ja, total. Aber eher Unterstützung für mich. Wir werden das suchen. Ja. Ja Barbara, wie soll ich sagen? We've got her. Wir haben sie. What? It's not true! It's true! No! I'm DM! What? It's not true! You found her? Wir haben sie gefunden, Barbara. Nein! Is this a joke? Oh my god, no! Wow! That's amazing! Das ist das Superste Nachricht! Yay! Wo ist sie? Ich will sie! Hat sie gemeldet oder was? Ihr Mann hat sich gemeldet. Nein! Und dann habe ich ihr heute angerufen. Ja? Um natürlich zu fragen, ob sie auch die Richtung sei. Ja, genau! I must have a bit! Und es ist die Richtung, Barbara? Sag mal, Andreas! The best! Danke, danke! Andreas, das ist so cool!